Herzlich willkommen in die Brenner-Saal hier bei den Datenspuren. Ich darf Alexa Schäffler bei mir begrüßen, AI-Consultant. Und ja, du hast schon mal ein gutes Zitat mit. Mal gucken, ob du uns auch spannende Sachen jetzt halt über unsere Daten erzählen kannst. Ich freue mich ganz doll. Ja, Erfolg und Spaß. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich die große Ehre haben darf, diese Veranstaltung zu schließen. I'm very honored. Was ihr heute mitnehmen dürft von diesem Beitrag, ist zum einen, alle sprechen über Large Language Models, Chat-GPT und so weiter. Aber was sind denn da eigentlich mal für Daten reingeflossen? Also auch Daten über mich oder vielleicht Content, den ich produziert habe? Und als zweites, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, das Ganze zu unterbinden? Also, wir sind ja im Jahr 2024 und es heißt, das gesamte Internet wurde von der KI eingelesen. Das gesamte Internet? Nein. Es gibt eine unbeugsame Community von Nutzern, die sich dem Gartenhunger der großen Konzerne entgegenstellt. Wir haben alle schon gehört, diese KI-Modelle, die sind sehr, sehr datenhungrig. Die großen Modellanbieter, die leben ja davon, dass sie richtig viele Daten haben, die sie in die Modelle für die Trainings nutzen können. Und das, was sie bisher an Daten gesammelt haben, reicht anscheinend nicht aus. Die Social-Media-Plattformen überlegen schon, wie kommen sie denn eigentlich an den Content ran, den die User jeweils produzieren. Also man sieht hier, alle machen sich schon Gedanken, Facebook natürlich. Aber wir haben ja eigentlich auch ganz viel Content, den man in diese Modelle reinschmeißen könnte. Ob dieser Content dann immer ein gutes Beispiel für intelligenten Content ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber bin ein Riesenfan von diesen ganzen Chat-GPTs und wie sie nicht alle heißen. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ich habe da sehr, sehr großen Nutzen davon. Kann ich denn da auch irgendwie beitragen, indem ich jetzt so eine Data-Donation eigentlich mache? Und als verantwortungsvoller Nutzer, der mit seinen Daten auch gut umgeht, wenn ich ein neues Tool anfange, schaue ich immer so ein bisschen in die Datenschutzbestimmungen und welche Einstellungen kann man denn da so machen? Nicht, dass mir da einzeln nochmal sowas untergejubelt wird. Und bei Chat-GPT bin ich auf diese Einstellungen gestoßen. Und es ist ja schon sehr nett formuliert, möchtest du daran beitragen, das Modell für alle zu verbessern? Und dann habe ich erst mal gedacht, man weiß ja auch immer nicht, wohin man das gibt. Habe dann aber so ein paar Schritte weiter gedacht, Moment mal, wie viel von Alexa Schäffler steckt denn eigentlich schon in diesen Modellen drin? Und dann habe ich was gemacht, was ich eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich einfach mal wieder gegoogelt. Ich glaube, das habt ihr auch bestimmt alle schon mal gemacht, aber es lohnt sich sowas, alle paar Jahre zu wiederholen. Und dabei ist mir aufgefallen, was es so über mich zu lesen gibt. Das sind halt eher so berufliche Themen, da bin ich auch völlig damit einverstanden. Aber ich habe ja auch schon einiges an Content produziert, im Sinne von mal Beiträge geschrieben, Veröffentlichungen gemacht, wo mein ganzes Herzblut, Schweiß, Gehirn reingeflossen ist. Und hat mich da eigentlich jemand mal gefragt, ob das auch verwendet werden darf für das Training. Für alle, die nicht so tief in diesen Large Language Models drin stecken, habe ich mal hier so diesen Entwicklungszyklus mitgebracht. Also besonders spannend ist dieser Bereich Training. Für das, was ich heute mit euch besprechen möchte, wie funktioniert denn sowas? Also erst mal haben wir die Data Collection. Das heißt, da geht es darum, möglichst viele Daten zu sammeln, die auch in einer entsprechenden Struktur aufzubereiten. Und die werden dann in dieses Modell reingepflanscht zum Training. Das, was wir jetzt gerade an diesen großen Modellen kennen, GPT oder LAMA oder was auch immer, sind die sogenannten Pre-Trained Modelle. Das heißt, die können sich erst mal ganz gut unterhalten. Die sind aber noch nicht unbedingt jetzt auf so eine bestimmte Domäne eingerichtet. Unter Domäne meine ich einen bestimmten Anwendungsfall. Wenn man sowas haben möchte, dann würde man jetzt eher so in diese Richtung Fine-Tuning gehen. Aber wenn man erst mal so diese Grund-Foundationen-Modells hat, dann kriegt man die eben aus der Pre-Training-Phase raus. Fragen wir doch mal OpenAI. Was nehmt ihr denn eigentlich für Daten? Und keine große Überraschung, die halten sich da etwas bedeckt. Hätte man ja irgendwie vermuten können, dass man das auf den Webseiten findet, aber hier steht eigentlich nur, ja wir haben halt Daten aus dem Internet verwendet. Und ja, dieses Internet, ist es denn eigentlich möglich, dieses ganze Internet zu lesen? Ich habe mich da mal gefragt, wie groß ist denn eigentlich das Internet? Wir haben gestern auch uns einen Spaß draus gemacht und haben diverse Chatbots gefragt, wie groß das Internet eigentlich ist. Also so eine einheitliche Lösung haben wir nicht bekommen. Schauen wir uns doch mal an, wie viele Google-Webseiten eigentlich indiziert sind. Da habe ich so eine ganz interessante Seite gefunden und es schwankt sehr stark, wie viel Google so in seinen Indexen drin hat. Jetzt haben wir mal hier die letzten drei Monate, sind auch ganz aktuelle Zahlen. Also haben wir ungefähr fünf Milliarden Webseiten, also als Anzahl. Sagt jetzt nicht unbedingt, wie viel da draufsteht, aber nur, dass man da mal so einen Überblick hat darüber. So, aber ich wollte ja eigentlich herausfinden, dieses Pre-Training, womit ist das denn eigentlich vonstatten gegangen? Und in den frühen Phasen der Large Language Models, da war man eher noch so in der Research Community unterwegs und da gehörte es sich eigentlich, dass man darüber dann auch entsprechende Paper veröffentlicht, was man denn da tut und da auch transparent ist von dem, wie man es getan hat. Und da habe ich dann tatsächlich was gefunden. Und zwar einmal über GPT-3 und Lama. Und wenn man sich jetzt hier die oberste Quelle anschaut, dann scheint das ja sehr, sehr wichtig für die Trainings gewesen zu sein. Also bei beiden in der ersten Zeile sehen wir einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an der Quelle Common Crawl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich kannte die vorher eigentlich nicht, aber das scheint ja wohl irgendwie was Wichtiges gewesen zu sein, um diese Modelle aufzubauen. Bei Meta sehen wir noch eine andere wichtige Quelle, C4. Das ist aber so ein kuratierter Input, der auch aus Common Crawl eigentlich kommt. Und dieses Common Crawl ist eigentlich eine total spannende Company. Das ist eine Non-Profit-Company aus Kalifornien. Und die gibt es eigentlich schon relativ lange. Das hat sich eher aus so alternativen Suchmaschinen zu Google entwickelt, dass man einfach Google nicht das ganze Feld fürs Web-Crawling überlassen wollte. Und eine Open-Source-Datenbank, wo man also quasi gecrawlte Webseiten für jedermann abrufbar haben kann. Also eher so in Richtung Forschung oder Datenanalysten, Journalisten oder Menschen, die einfach Dinge damit tun wollen. Die haben da gar nicht so viel dran verändert an den Daten. Was so ein bisschen rausgefiltert ist, ist, wenn man so Menütexte hat oder sowas, dass das nicht mit drin ist, aber ansonsten die Inhalte. Und davon haben sie eine ganze Menge. Also das Repository, und das war so Ende letzten Jahres, lag immerhin bei 9,5 Terabyte Größe. Ich kann euch aber sagen, die GPT-Antworten, wie groß das Internet sind, waren weitaus größer. Da muss man überlegen, was kommt denn eigentlich nach Terabyte, Exabyte und so weiter. Ja, und die Daten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Also jetzt nicht im Sinne von Daten als mit Inhalten, mit denen man tatsächlich was machen kann, sondern Data as a Infrastructure. Und auf dieser Datenbasis beruhen ganz, ganz viele von den großen Foundation and Models. Also das ist nicht nur GPT-3, auch GPT-4, Lama, Cloth. Da gibt es so eine ganze Liste, die man sich anschauen kann, welche von den großen AIs eigentlich auf Common Crawl zugegriffen haben. Ihr kennt das Prinzip Shit-in, Shit-out. Also man muss genau wissen, was hat man denn hier eigentlich reingepflanscht. Und es ist nicht so, dass Common Crawl selber sagt, hey, wir sind die Datenbank für AI, sondern sie selber auch ganz offen kommunizieren, dass sie gar nicht glauben, dass sie ein repräsentatives Spiegel des gesamten Internets anbieten. Also zum Beispiel aus ihrer eigenen Technik heraus, das ist ein amerikanisches Unternehmen, dass sie so einen Bias in Richtung englischsprachigen Content haben. Dann ist es so, dass sie nur in regelmäßigen Abständen diese Snapshots machen und da ein Verfahren haben, wie sie die Webseiten auswählen nach Relevanz. Das heißt, man guckt sich an, welche Webseiten sind denn eigentlich so untereinander verlinkt und dann auch mit Ähnlichkeitsmaßen arbeitet. Ein bisschen anders als Google das macht, aber so von der Systematik her geht das so in diese Richtung. Das heißt aber auch in jedem Snapshot werden die vorigen Ergebnisse auch präferiert wieder mit reingenommen. Für neue Webseiten ist es also schwierig, da überhaupt mal mit reinzukommen. Wenn man das weiterverwenden will, geht es dann auch um entsprechendes Cleaning. Man will ja auch nicht, dass die Foundation Models sowas wie Hate Speech lernen oder pornografische Inhalte oder sonst was. Das heißt, da geht es um so ein Cleaning, das auch durchzuführen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie C4, was wir bei Lama gesehen haben. Da wurden solche Inhalte entfernt. Common Crawl bietet auch was an, wo diese Inhalte drinnen sind, weil sie auch ermöglichen möchten, dass man zum Beispiel Forschung macht auf Hate Speech. Also wie sich sowas zum Beispiel über ein bestimmtes Thema entwickelt. Also insofern nicht von vornherein gecleant. Wer hier weiteres Interesse dran hat, da gibt es ein super cooles Paper von der Mozilla Foundation. Die haben sich das mal genau auseinandergenommen. Was sind eigentlich so die Limitations dahinter, wenn man Common Crawl verwendet, haben auch diverse Interviews geführt mit Engineers von Common Crawl oder auch mit den Gründern. Wofür habt ihr das denn eigentlich mal ursprünglich verwendet gehabt? Und es ist ein ziemlich cooles Paper für jemanden, der sich dafür interessiert. So, also jetzt wissen wir zum einen inhaltlich, was denn da alles schon drinnen ist. Das heißt zur Frage, was von Alexa Schäffler könnte denn da eigentlich drin sein? Also könnte schon sein, dass die Paper, die ich mal geschrieben habe, da drinnen sind, die sind auf den ganzen großen Portalen abrufbar. Also ist sehr wahrscheinlich, dass das dann da auch irgendwo drinnen steckt. Aber darf man das eigentlich? Also ich wurde ja auch nie gefragt. Was sagt denn da der Gesetzgeber dazu? Und für solche Fälle ist dann das Urheberrechtsgesetz dasjenige, was schlagend ist. Und hier findet man so schön, das ist ein bisschen älter, man hat das dann früher Text-Mining und Data-Mining genannt. Aber laut Definition würde das also auch künstliche Intelligenz sein. Das heißt, kannst du verwenden, es sei denn, man hat das vorher explizit angegeben, dass man sowas nicht möchte. Und also zu früheren Zeiten hat da vielleicht auch noch nicht jeder dran gedacht, dass man das also explizit untersagt hat. Das heißt, also wenn ihr irgendwie Lust habt, euch irgendwie selber so eine AI zu bauen und wollt das ganze Netz durchsuchen, könnt ihr frei machen bei jedem und urheberrechtlich habt ihr da auch erstmal keine Probleme. Dann gibt es so ein bisschen den großen Streit, vielleicht habt ihr das mitbekommen, also OpenAI und die New York Times, die ja ein sehr, sehr großes Archiv an sprachlich hochqualitativen Inhalt hat. Und die haben natürlich dann auf ihrer Webseite, haben sie sowas untersagt. Ich habe das da mal irgendwie rausgesucht, da steht dann explizit in den Usage-Terms drinnen, darf man nicht mehr. Und das haben eigentlich alle großen Medienhäuser, sind da inzwischen schon nachgezogen, um sich da mal abzusichern, dass ihre Inhalte da nicht einfach verwendet werden. So, also wie gut kann ich denn jetzt eigentlich kontrollieren, was mit meinen Daten geschieht? Und da muss man auch ein bisschen auseinandernehmen, was sind denn jetzt eigentlich meine Daten? Also der Klassiker, der auch durch die DSGVO adressiert wird, das sind so meine eigenen Nutzungsdaten, also wie was man vorhin gesehen hat von ChatGPT, irgendwo, wenn man ganz tief in den Einstellungen bohrt, muss man irgendwo ein Häkchen finden, wo man sagen kann, dürft ihr verwenden, dürft ihr nicht verwenden. Ich habe das jetzt mal noch als die stärkste Kontrollmöglichkeit gesehen, also wenn man wirklich dahinter ist, hat man da schon noch die Möglichkeit, mal das ein oder andere Häkchen zu setzen. Dann gibt es diesen User-Generated-Content, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Beitrag habe, jetzt werde ich gefilmt, es wird im Netz hochgeladen, inwiefern kann ich denn da eigentlich sicherstellen, dass das dann nicht weiterverwendet wird? Da habe ich die Möglichkeit, explizit dem Ganzen zu entsagen, wie wir das gerade im Urheberrecht gesehen haben, setze aber voraus, dass ich irgendwie weiß, wo meine Inhalte denn überhaupt eigentlich alles rumfliegen und bei manchen Plattformen, also zum Beispiel unsere Freunde von Meta, die beschließen sowas dann einfach plattformweit und wenn du weiterhin auf der Plattform bist, dann stimmst du dem dann also automatisch zu, dass man das nicht tun darf. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine große Klage, aber das kann da auch noch mal ein paar Jährchen dauern. So und dann gibt es dann das, was dann also quasi Dritte über mich schreiben. Kriege ich ja im Zweifelsfall irgendwie gar nicht mit, was saust dann irgendwo im Web rum, kann man ja gar nicht kontrollieren, was irgendwie alles Leute überein berichten. Also das sind so diese drei Dimensionen, die man da so ein bisschen im Auge haben muss, also nicht so, will ich das eigentlich, sondern habe ich überhaupt die Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen. Ja und jetzt zur Eingangsfrage, soll ich es wirklich machen? Also man kann das auch so sehen, dass es so meine Art von Bezahlung von einem Gratisdienst ist. Wäre eine Sichtweise, aber was die dann da letztendlich damit machen, wenn ich meine Daten mal aus der Hand gegeben habe, habe ich eigentlich gar keine Kontrolle mehr. Also ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Was sagt denn die Verbraucherzentrale eigentlich dazu? Also ich habe euch das mal mitgebracht, ob die Inhalte jetzt helfen oder nicht. Sei mal dahingestellt, dann lad halt nichts hoch und sag deinen ganzen Freunden und Bekannten, sie sollen dich halt nicht vertecken. Ja, oder dann solltest du halt einfach kein Social Media Profil haben. Nun gut, also ihr seht, das sind so beschränkte Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, aber zumindest hoffe ich, dass ich euch mal ein bisschen näher gebracht habe, was denn eigentlich auch vielleicht von euren Daten oder eurem Generated Content in die Large Language Models geflossen ist. Und ich freue mich darauf, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage. Möchtest du erst mal hochkommen? Ja, ich würde dir erst mal Danke sagen. Danke dir für den vielen Input. Da könnt ihr schon noch. Kommt. Dankeschön. Ja, und vor allen Dingen deine kreativen Fragen, die du dir gestellt hast, wie, hey, wie groß ist das Internet und sowas, fand ich ganz toll. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum gerade? Ich mache wieder den Schattenblick. Oh, wir hätten sogar eine Keule unten gehabt. Oh, siehst du. Wow. Wir haben uns so auf dich gefreut, es gibt zwei Engel. Ja, hier, das ist doch gut. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich amerikanische Konzerne an das deutsche Urheberrecht halten? Also ich bin keine Juristin, ja. Ich habe aber Juristen gefragt und die haben gesagt, dass wenn sie hier diesen Dienst in Deutschland anbieten und quasi hier also ein Geschäftsmodell haben und hier Dienste verkaufen, dass sie sich daran halten müssen. Jetzt haben wir einmal in der Vergangenheit gesehen, da lief dann das Spielchen so, die machen erst mal, was sie wollen und dann gibt es irgendwann mal eine Sammelklage im Europäischen Gerichtshof. Es sind x Jahre vergangen und dann gibt es irgendwann mal eine mehr oder weniger hohe Strafe, die dann hoffentlich hilft, die Kassen ein bisschen aufzubessern und dann passieren dann auch Dinge. Also so wäre jetzt mal in meiner Glaskugel, was denn so passiert. Ansonsten, das sind ja jetzt auch so die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, wenn es jetzt nicht um meinen leidenhaften Content geht, sondern wenn man jetzt mal wirklich den großen Journalismus anschaut, dass eigentlich alle großen Medienhäuser jetzt inzwischen Kooperationen mit den großen Chatbots haben. Also jetzt Ende des Jahres ging es durch die Medien, dass sich Springer, die sind ja auch international tätig, dass die eine Kooperation mit OpenAI eingegangen sind. Auch dieses Thema mit der New York Times scheint sich inzwischen erledigt zu haben. Also das ist so ein bisschen so eine Richtung, in die es geht. Ich glaube auch, dass das den Content besser macht, im Sinne von diese fabulierten Inhalte da ein bisschen rauszunehmen, wenn du also wirklich geprüfte Fakten mit reinnimmst. Aber das ist eher so eine andere rechtliche Komponente. Okay, haben wir noch Fragen im Saal? Ja, okay. Noch eine Frage zur Common Crawl. Könnte man das jetzt theoretisch, also sich die 9 Terabyte runterladen und dann lokal durchsuchen, ob man, also jetzt, ob das technisch gut geht, ist eine andere Frage, aber wenn man genug Platz hat und so? Also die haben nicht immer nur die eine Datei, die dann die 9,5 Terabyte ist, sondern die haben auch verschiedene Chunks und Cluster. Also man muss sich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen, welchen Dateiabschnitt oder welchen Chunk ich eigentlich haben möchte. Auch da schon so vordefiniert, doch nach bestimmten Basisfilterungen, aber das kann jeder nutzen. Eine Nachfrage von mir, was sind das dann so für Filter? Also hast du da ein Beispiel? Ja, der Klassiker wäre halt so was wie Hate Speech oder wenn so klassischer Nonsens mit viel so Rechtschreibfehlern ist oder so was, dass man das quasi raushetzen kann. Ansonsten kann jeder Data Scientist, der Lust drauf hat, sich das Ganze einlesen und dann nochmal seine eigenen Filter bauen. Und da ist tatsächlich auch eine sehr, sehr große Community dahinter entstanden, also wo es unheimlich viele Datenabzüge zu bestimmten Themen mit bestimmten Filtern und so weiter gibt. Es ist auch von der Qualität her so, dass da bestimmt auch nochmal nachgearbeitet werden muss, weil du hast ja teilweise diese, also die Menüs machen sie raus, aber so diese ganzen Kontextinformationen, die dann auch auf so einer Webseite sind, sind teilweise ja auch nicht so interessant. Also da kann man wirklich eine ganze Data Science draus machen. Okay, spannend. Gibt es noch mehr Fragen? Ach, nee, nur gewackelt. Ja, müsst ja nicht. Ihr könnt ja dann vielleicht auch neben der Bühne fragen, wenn ihr euch nicht traut, ich danke dir nochmal ganz doll für den Abschluss hier. Ja, vielen Dank, dass ihr alle noch da wart. Mega cool. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.